ja und willkommen mein name ist an die welt und ich begrüße euch zurück zuletzt pokémon schwert was soll hat dieses mädchen ja wir sind in skor city angekommen als volk und sagen wir gehen auf ins stadion wir haben schon alles hier in der stadt erkundet bis auf das stadion und ja ich weiß nicht ob wir heute schon hier weiter geht mit dem schirm cup und was auch immer aber jetzt hier schon im finale heute ankommen also heute vielleicht nicht aber vielleicht heute in der recording session mal schauen ja guck mal was hier auf uns wartet auf den weg gehen wenn ich über diese brücke gehe um einen match anzusehen bin ich immer voller vorfreude wenn ich halt über die brücke nach hause gehe bin ich immer noch ganz aufregt von allem was passiert ist wenn einfach ein stadion ein spazierend aber schon da müssen sich erst beweisen bevor sie es betreten dürfen ich habe acht ordentlich meine ich habe mich schon ein bisschen bewiesen kommt kann aber trennen bis zum stadion nein das city stadion ist so groß wie viele leute da wohl reinpassen sehen wo man aufwächst man bevor man aufgewacht bevor man aufgemacht ist weiß man doch nicht das wetter draußen aussieht genauso wie heißt man nie wie ein kampf ausgeht bevor er endgültig vorbei ist da hat man ja alles da hat aus kanton galatein wo die vorliebe für schlangen stehen hat für eine schlange die gleiche die am hotel angeblich sein sollte die matches werden mittlerweile auf der ganzen welt übertragen aber kann man auch auf der ganzen anderen darüber reden also kann man auch mit okay die möchtest werden mittlerweile auf der ganzen mann die tollsten kämpfer erinnern sich die leute noch jahre später ja sagt man ein suche eine seltene liga karte aber sie ist überall vergriffen hier gibt es offiziell vertikulier karten aber auch ich kann keine kaufen heute ist das optimale wetter für einen mensch da sage ich zwar bei jedem wetter und das stadion ist sie hat sowieso ein dach aber egal jeder fehler der scherzer macht wird sofort von tausenden von fans gesehen die müssen nerven aus stahl haben dass sie das um wird weitermachen können auf gott eigentlich habe ich gar keinen dorst aber wenn ich die selbst die so an sich die schwächen selfte zeit mal warum uns der ex pokémon getränke muss auch sein nix anscheinend auch genau ist es ist doch immer schön zu sehen wenn jemand auch an normalen essen seinen spaß hat er soll hat nein weiß warum essen restaurants immer so gut schmeckt da ist ein besonders gewürzt drin und das heißt abwechslung war kann die hat sarkastisch und der ist einfach mitten aus nichts gespawnt ich gehe nicht den stadion ich will es dann wird eben wenn ich selbst anstellen so lange genug im pokémon sind abhängen damit geht man früher oder später garantiert einem schöner ja irgendwie schon so viele leute zum final dass wir mit den sicherheitsmaßnahmen alle hände voll zu tun haben da würde ich so gerne selbst irgendwie irgendwie gibt es hier gar keine bösen leute in dem spiel da so ich weiß der mann im churchister mediativen attacke draco meteor beibringt hier gäbe es die haben zu kaufen geil da auch mal was wir alles haben so lag klinge physische variant von solare strahlkohl über strahl ableiten sind alles gute sagen euch noch kein geld vor viel pokémon beibringen wahrscheinlich die ganzen schläge ich soll noch mehr keine aber wir wollen das wird ja selbst sehen jetzt sagen wir intim wir von team ja euch mal was wir alles können wenn wir nur wollen so stadion anfangs war eigentlich nur mein sohn ein fan von delion aber ich fürchte jetzt hat mich das den und fieber auch erwischt bloß deiner banden gescheit sich von dem alle anderen pokémon echt und das ist einer der ist doch klar so passt an delion du bist zum bleibsch und schlagbar ein schwitzer singt den ganzen tag lang nur den uns fernlieder ja komm schon dann lass uns doch einmal so richtig krachen ich bin angeklotzt wie wird er gibt alles ja mal ich gebe ihnen hart so habe ich damit bekommen habe scheint er noch nicht richtig los zu gehen lassen und hey guck mal wer ja es ist baldurin hey ich bin baldurin geschaut ja aber verträumt aus der wäsche tja ich weiß ich genau welchen weil ich für dich habe ich sehr traum weil ein trauma das nicht schaffen pokémon noch leichter fangen dabei wartet nur darauf eingesetzt werden wenn man über pokémon verfügt die große und gehen aber herrschen schon faszinieren was das alles in einem pokémon steckt was ist du mir ist nur noch von vielen schritten auf dem weg zum schenk du schaffst das ganz bestimmt ein pokémon das ist baldurin steckt bei jemand drin ein pokémon star jetzt schon dass ich wollte wollte bald elektrobald gibt die ganzen stellen sind ja nur noch ich mary und hopp schützt der schimpf jetzt eine sieg ist sehr weiter fortsetzen hat er gesagt und wir sind noch weniger als szenen challenge übrig das team von den ihre weg zwar ziemlich ausgeglichen aber ich glaube nicht dass er das zeug dazu hat zu gewinnen ich der gleiche hier gibt es einen funktionären aufzug entschuldige aber wir haben nur gefugte personen zu tritt da habe ich ja noch ein paar gewisseben bevor ich hier so richtig rang klotze gott von am top 8 ok so läuft das dann irgendwie ab oder so ok mal sehen wer los geht hi mary endlich ist es soweit ja eher schön schwach hat aber wir haben uns bis zum fortune durch gewissen sieg werden jedoch werde jedoch ich nach hause trage ich werde gegen den schimpf kämpfen vier westen der vierte eine typ das wird jetzt sind die arena leiter also wird auch von der einen hier entführt der empfang ist gleich hier ich war der allererste changer des sich angemeldet ist das nicht cool ich bin nicht nur der allererste sondern auch der allerbeste habe ich recht he 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 mit schallender dann hier richtig wir haben deine kämpfe mit spannung verfolgt mit regen muss ich aber trotzdem überprüfen ob alle an deinem besitz sind wenn sowas von breit endlich vor allen leuten gegen mich zu kämpfen das wurde ja letztens endes disqualifiziert ja genau aber irgendwie habe ich das gefühl dass wir ihn noch nicht zum letzten mal gesehen haben wie auch immer kommen dann hier und lass uns in den warte bereich gehen weiter die ja sehr schönes bestanden haben das fortgleich an bitte gewählt euch auf den kampf platz ist stadions wenn ihr bereit seid ok ja dann mal los einfach so jetzt da rein als wir dann nix so was trete ich mir jetzt an mein team sieht übrigens so aus little mary herr von lauch korea dort hier matt und irgendwie so irgendwas oder wen kämpfe jetzt hallo gegen dich mary hier war schon immer klar dass wir schaffen wir jetzt alle orden zu sammeln ich wusste hast du das fortune erreichen würde es es gibt viel wofür ich kämpfe weißt du für meinen bruder zum beispiel aber ich kämpfe auch für meine heimatstadt zwei korte um ihr auf die sprünge zu helfen war ganz ehrlich letztendlich will ich mir den titel unbedingt für mich selbst erkämpfen selbst wenn ich übel wenn ich dein team gleich hart aber herzlich nach hause schicke hat wollen wir doch mal sehen wo man trainer mary fort ich haus neue musik sie hat fünf pokémon man stimmt nicht mit dir vielleicht ohne genanen bekämpfen und der neue champ werden alles klar auch wir können zwar ding zu ansetzen sehr gut aber ich liebe dieses thema soll noch eine bessere version als das alte ich habe gefühl jawohl weil das donner will einsetzen aber ich mir so hat gefühl gehabt schaffst du schon so das ist ja mein liebes miete ich habe gefühl und das normale kampf thema würde ich sagen weil im intro ist ihre kex ich habe nichts gegen sagen rap to ich habe nichts gegen diese kombination glaube ich durchbruch wenn mich schon nicht kaputt haben aber ich mach mal den ja zur sicherheit nein du bist wie dann schaufel schaufel dich nein die masse hat er einfach paralysi erweck geballert mit seinem expo dem ist aber da war ich kriege ich auch gott sei dank war ich jetzt unten oder wird nervig gesetzt hat nicht noch mal jetzt immer kopflos ein aber der gleiche thema habe ich so gefühl der anfang kann ein bisschen anders habe ich so gefühl habt ich möchte gestreiten ein nicht der traktor nicht jetzt sind gerade vor dem turnier und ich kriege ich noch klein pass auf ja noch jetzt nicht so ein miss mary irgendetwas anderes ging natürlich einsetzen kampf ohne licht der kampfattacke bisher eingesetzt habe der hat jetzt angebereien gesetzt gemassen ja von lauch kommen sie hier benötigen ihre unterstützung jawohl damit angebereit pass auf nein ich habe keine kampf angetan doch durchbruch hatte der lauch aber egal genau sie mögen volltreffer ich habe auch eine vorliebe für volltreffer hat verdammt weil das ob das davon auch nicht schon stark genug sie hat ja auch noch ihren schlag irgendwie ein volltreffer machen ein taxi quack natürlich wenn man da nicht so viel ausrichten und wieder rappte habe ich so gefühlt rappte und schaufler wenn du das überlebt nein nicht soweit wird alle meine pokémon am leben bleiben in diesem kampf soll es ja kommen nein der raptor wird das nicht übernehmen so gefühl ja okay er war am nächsten zug pass auf jawohl und dass meine angriffskraft lösen ist das wirklich mit dem raptor irgendwie für hier im opeco irgendwie auch waren vielleicht eine gute idee aber das hat schon auch ein alles klar das war aber ich kann deiner max einsetzen also nehme ich mal du kannst dann auch mit was denn das der natsatz pokémon daneben schaufler da kommt jetzt der fans stehen bei mir ich will auf jeden fall gewinnen prolonger bist du denn ob ich so die entwicklung von diesem dämon dinge nehme ich fast so aus mein bruder vielleicht zwar darauf doch um zu gewinnen setzt sich voll auf geiger deiner max frau ja gott du bist viel und nicht mehr die freunde kommen jedenfalls nicht nein raptor hat die meiste arbeit geleistet ist aber trotzdem draufgegangen war ich zeigte mir die längsten beine hat ganz es waren so zu posen von meinen augen deiner max und wir machen deiner brand ist natürlich ich will zu super großen mega die knie war es würden sich zwei mega sonst gegenüber stehen das hat sogar überlebt so ein viel besseren style als du wenn wir sehen wie wir anderen attacken aussehen deiner grüße 130 mein gott tja das war es wohl das ist ein charakter so bösewichte teil sehr gut verloren aber immerhin verstehe ich jetzt besser was euch zu so einen tollen team macht was ich aber gut geschlagen mary besser als hat eine blicke im stadion waren auf uns gerichtet werden wir gekämpft haben sollen wir das publikum ein team und mir zu bild war einfach das größte ich habe verloren daran lässt sich nichts ändern bei wenigstens habe ich den zuschauern eine show geliefert die sie so schnell nicht vergessen das ist schon mal was wert und jetzt war ich selbst zum zuschauer den rest der veranstaltungen schaue ich mir zusammen mit meinem bruder an bin schon total gespannt wer am ende gegen den chem kämpfen wert richtig anfallen werde jemand anders weiß ich selbst noch nicht so zeit das feld zu räumen bis dann hey danilo wir sehen uns auf jeden fall im letzten kampf des vorturniers von dem match muss eben match eben wurde mir klar dass ich einfach gewinnen muss du hast einfach gegen irgend so ein random gewonnen oder pokémon stehen auch schon total unter strom seit sie den sieg gesehen haben deinen sieg gesehen haben du bist gerade am kämpfen entschuldige die störung weiß dass gerade hier vor einem kampf zurück bis aber das wird schon hopp endet schneller als erwartet dann überwältigenden siegerungen bitte begibt sich zurück auf den kampf lassen weil du bald bist er kommt immer tut irgendwie in windes alle alle erledigen ok guck mal wenn ich irgendwie sagen können irgendwie so fünf minuten später oder so bisschen irgendwie so darstellt werden wir super trainer obwohl ich den irgendwie vorweg jedes mal das gibt er mir pass auf ich war ich auch noch in diesem part fähig eine wahl ist schon aus dem weg jetzt kommst du ich muss gerade an den beginn unserer reise in folgen haben zurückdenken der leon hat uns beiden gerade ein pokémon geschenkt damals habe ich mir geschworen dass wir uns hier gegenüberstehen würden diesen schwab ich mir mit eingelöst und jetzt schnappe ich mir den sieg dann kommen wir wo man trainer fordert sich heraus aber mit seinem eigenen thema es war lockt was immer neuer teil hier ich zeig dir mal wie es ist nicht warum ich den so trash talk der kampf von mir im garten ist kein vergleich zu einem mädchen stadion ich glüge förmlich so was mache ich denn als erstes sprung ich denke immer erst donnerweil einsetzen aber dann sehr gut hat für den dingen steigt drastisch wenn man bis ein paralyse zurückgeschreckt kombo also also was ich glaube ich wechsel lieber habe ich überhaupt spezielle angreifen fällt mir dann auf ich habe gar keinen speziellen angreifen doch flora und ich glaube in der big talk zur dauten wie werdingens angriffen ja von lauch machen sie den fällig der seine verteidigung von der überdacht von nerven und die slam dann bitte nicht durchbruch nichts wo ich muss dass du auf effektive treffer aus bist einige sachen ändern sich nie mehr slam weg damit war ja eigentlich gegen die am besten kein ding ist beigemacht der tier markt mit steinadeln aber das werden auf die knie herr von lauf kommen sie zurück machen sie platzfähig die ja wohl mann her so stark gestalten nein warum sollte er stark wie lange sitzen ich ging ja von lauf gekämpft ich habe gedacht man sieht die zuschauer mengen irgendwie jemand bekannten oder so wäre ein netter touch gewesen irgendwie irgendwie dabei nicht mehr irgendwie gesessen hätte und anfeuert relaxung schon wieder weg sind habe ich noch gefühl das war gegen dich weiß ja war diamant mach mal hobs thema ist irgendwie ganz anlass jetzt habe ich sagt für pferde stärker online als boden wie finde ich das ich habe einiges auf den wir uns kämpfen gelernt aber halt auch noch fünf pokémon merke ich kann hier sagt muss ich auch noch fünf mitgemacht denkt eventuell die verteidigung ja das wäre vielleicht nicht schlecht gegen lag so gucken wir schneller ja ich kaputt aus ja ich habe dich online als pflanze aua da ich habe das noch überlebt sehr gut da war ein folter war ein folter war jetzt ist das richtig los okay es gibt noch eine möglichkeit wie ich das hier retten kann und zwar indem ich stein nageleinsatz und der zurück schreckt kommt schreck zurück schreck zurück ja kannst du es auch ob nein du mit 6 dieser psa na na verteidigung verteidigung und gesenkt so jetzt muss ich noch mal mit so ein angriff kaputt haben aqua durchstoß so haben ist jetzt ich kaputt haben eigentlich der top genie so auch nichts gemacht aber war knapp rittsiegel darf ich da was gegen rap to ging es nur elektro ist doch raptor gegen ein donnerblitz wir sehen uns fluch genau der richtige angriff der situation und dreck jetzt überlebt er wahrscheinlich ne pas auf schaufel da da also gut und sind auch rückwärts karius nämlich so karius rio los jetzt zuschauer menge hat sie irgendwie kohle aus und man könnte irgendwie kamera während der attacken in gesteinert wird irgendwie gut ich finde schon die kamera fahnden ja interessant genug aber tauchen immer nur auf wenn man wirklich nichts macht wenn man die ganze zeit da im kampfmüse sitzt und gar nichts macht und wer denkt so lange über einen move nach so dass der story auch cool ich und in der klemme nix da so ein sieht mit dem drücken zur band dafür zählt das gleich doppelt jetzt kommt er erst mal irgendwie extrem ist bei dem ist von raptor gesehen haben und irgendwie dass all die wünsche raus die in diesen wundstern stecken zeit für deiner max nicht giga den amerikaner kann immer noch nicht vernünftig werfen ja das bw tun aber online ist schneller jetzt gehen wir uns hier kommt unsere welt wuchernde deino flora ok ok aber nichts was mein starter nicht händeln kann glaubt mal ja immer geht der raptor drauf kommt irgendwie macht das ding fertig jemand feins daher aufgeschrien deiner max das mit deiner band was du ganz kann ich auch nur besser die macht dich groß oh ja ich habe eine spezielle pose das heißt die pose die er macht bei spezialangriffen hat sich noch nie gesehen habe keine ahnung wie er frisst hat und weg müsse es ist sehr effektiv und wer gesagt wir haben king kong erledigt sehr gut alle wahlen aus dem weg geräumt momentan auf wurde besiegt vielen dank dann hier ist wahrscheinlich an meiner seite zu haben ja damit ist das vorteil beendet all tränen die die arena schön gestanden hatten haben gegeneinander um den sieg gekämpft aber nur der allerbeste unter ihnen darf in das final turnier einziehen und dieser trainer ist da ich weiß sagen ja meint sie werden das potenzial so zu werden wie der helden wenn ich ganz ehrlich bin habe ich mich nie erzählt gesehen du hingegen sicher dass die chance dass etwas ganz ganz groß zu leisten der näher um ein glückwunscher nicht mal pico und dahin ganzes team mit so noch meinem ob ecco war aber eine erste stelle war oder hat dranierung was war ein bewegender kampf sind glatt durch tränen gekommen ich musste ehrlich gesagt gar nicht wie mir geschieht seht euch nur an sie hat uns den selben dorf auf gebrochen habe fantastische team zusammengestellt und mit einem kämpfer sinne steckt weil sieg es will war in jeder attacke zu spüren dieser kampf hat einfach als verkörper was für mich ein wahrer pokémon kommt ausmacht der träger damals gehört hat euch eine empfehlung für die arena zu schreiben muss ich jetzt recht dämlich fühlen allerdings vor allem wenn man bedenkt dass du dieser trainer war es oder herz du sagst es hat er weiß wer mein gegner im champ match sein wird aber ein pokémon nicht werden neben ihm er oder ihr mit allem was wir haben die stirn bieten ich bin noch als einziger nur üblich sage ich ganz offen heraus wünsche mir von ganz erst dass du mein gegner sein wirst dann jetzt geht es erst richtig los ich bin total ich gehe mich erst mal etwa im hotel entspannen dann sollst du aber noch energie tanken kommt dass uns alle etwas essen gehen können wir gerne machen weil ich will jetzt wieder irgendeinen ex beliebigen schuppen ich will was ordentliches zu essen gut wenn du bezahlst was alles klar möchten karpados steak dann ihre schenker dann ihre einung blick bitte ich muss dir unbedingt ein paar fragen stellen und großartig jeder weiß hat den und den champ der galaregion dir und habe eine empfehlung für jahre schenkt geschrieben wie fühlt sich jetzt noch nach deinem sieg überhaupt den man gut und gerne als ein rival bezeichnen kann ich freue mich riesig darüber verstehe und hast du etwas was du haupt gerne sagen möchte ich fühle mich bei ihm bedanken er war ein starker gegner er wird immer mal mein rival sein ich will mich bei ihm bedanken dass er mich so stark gemacht hat aha verstehe sie ist ja also auch als ein rival das habe ich nie gesagt ganz unter uns denkst du du hast eine chance die titel zu gewinnen das fragen sie noch jetzt aber langsam was sollen denn die ganzen und versteben fragen dann ihre ist total georgie außerdem sind wir mit meinem bruder den auch verabreden also sagten wir uns bitte in ruhe aber natürlich kein problem ich hoffe dass die pokémon ihr bald einen neuen star bekommen viel erfolg noch ja ich bedanke mich dass ich dich so oft fertig machen durfte als frau jetzt man ist echt nicht leicht was wobei man wohl eigentlich ich habe einen mord zunger einige stunden später einige stunden später steckte die um bloß so spät ist er sonst nie er hat mich ja noch nie hängen lassen und selbst hält sich immer nie ist versprechen ich habe es da auch nur geworden weil es er mir ganz fest versprochen hatte wirklich zu einer verabreden und zu kommen sollte dagegen doch ein kinderspiel sein musste ja so ein lehr machen alter die ganze energie hättest du meinen kampf stecken sollen aber sie nützlicher gewesen erzählen mir was neues ich mache mir wirklich sorgen will und klar deshalb muss ich mir von jemandem wie dir keine moral prägt einem richtig in dem auffällt jemals ernst nehmen warum wenn du mal immer aufs äußerste art ist nicht dass du verloren hast was den schirm angeht der ist zum rose tower gegangen wieso das denn keine ahnung warum ich habe ihn und so will ich an der monowell halt station halt stelle getroffen soll ich ausrichten dass er sich etwas verspätet weil er irgendetwas im rosé tower erlegen muss im rosé tower ausgerechnet jetzt was wir da bloß sagt man jetzt könntest du uns vielleicht den weg zum rosé tower zeigen der mir und ich habe leider keinen lassen stimmen wie man da hinkommt du bist genau wie dein bruder reicht man euch einen kleinen finger sollte ihr wollt ihr gleich die ganze hand aber ich will mal nicht so sein schließlich will ich ja nicht dass sich wegen euch noch der start der start des final turniers verzögert außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch immerhin habt ihr es geschafft mich zu besiegen am besten träume nicht zu verstärken auch gleich team geld zusammen starten wir den rosé tower gemeinsam einen kleinen besuch ab ist der größte netz vielen dank jetzt wird daran geklopft und zwar so richtig okay kann ich aber noch zwischendurch irgendwo chillen aber ich würde gerne im partner und so ein app ist richtig tolle cool so kann ich mich kann ich hingehen wo ich will kann ich okay gut ich sagen ich werde martia in der nächsten folge werden wir dann mal weil nicht irgendwann kommen ja auch wieder fangen passt dazwischen vielleicht kam jetzt schon wieder einer hier vor man weiß es nicht man weiß es nicht jedenfalls ich werde hier ein schnitt machen und irgendwann werden wir dann schon ihr weitermachen mit der story und ja ich sagte mal dankeschön für zuschauer und ich hoffe euch hat der bat klein wenn ja ein hinter das doch bitte ein like ein abo oder ein kommentar das würde mich sehr freuen und ich sehe euch dann in diesem fall wieder hat schütze kowski ich ja ich Untertitelung des ZDF, 2020